Hallo und herzlich willkommen zurück bei World War Z. Verrückter Schwierigkeitsgrad. Wir sind verrückt am Verzweifeln. Entweder schaffen wir es nicht, weil es zu viele Zombies sind oder weil uns andere Spieler mutwilliger schießen. Es macht Spaß. Tokio ist toll. Immer wieder ein sehr interessantes Ausflugsziel. Tokio ist echt schön, ja. Also, merkt euch, Nekrotika direkt Hedder geben. Genau. Ja, wenn der wieder joint, dann gleich direkt killen. Es kann ja nicht sein, dass der uns drei abknallt und seinen Selbstmord begeht. So, ha ha kiri. Naja, würde irgendwie passen. Ja, aber dennoch bitter mit einem Schwert oder Katana. Blöde, jetzt wir müssen es nochmal machen und es war gar nicht mal so schlecht, weil wir hatten noch Defense Kits. Ja, ja. Ach, Mann. Ja, ich hatte ja beim Update, das gestern kam, gehofft, dass Private Lobbys kommen. Aber leider... Leider, nein. Gibt es ja wahrscheinlich als DLC. Wahrscheinlich. Oh, ich habe mal zwei Kopfschüsse hingekriegt, das ist ja der Hammer. Bleib genug, sonst kriege ich einen dritten hin. Ja, du bist eigentlich mein natürlicher Todfeind hier in dem Spiel. Kann sein. Pass auf hier, Creeper. Der D, hast du den nicht gehört? Ich habe den nicht gehört. Der war doch hier. Okay, deswegen habe ich es ja noch gesagt. Genau. Audio-Bug. Fertig. Ist das auch geklärt? Also, normalerweise höre ich die Dinger. Ja. Oh, ein Happy Weapon. Dann gehe ich mir das mal holen. Auch nicht. Oh, Mann. Ich gehe weiter. Ich schieße etwas daneben. Ja. Das ist Gunfire. Von der Bus. So, Kiste. Enemykontakt. Wir sind okay, aber das ist Zeit, wenn wir uns bringen. Ja. Hier gibt es wieder. Ach, da drüben bist du schon, okay? Ja, aber was soll ich denn da ballern? Macht ihr doch. Ja. Kann ich doch weiterlaufen. Hoppla. Ich schleiche mal hin. Mach mal. Oh, der big one is down. Oh, der lag lebt ja noch. Hast du ihn umgegangen? Ja. Ja, ja. Das ist erledigt. Das ist erledigt. Er der bis zum Dienste. Das ist erledigt. Das ist erledigt. Der cutie ist ohne uns. Sie müssen immer erledigen. Stim boost. Stim boost. Auf geht's! Was ist das Ölfass? Boah, kommt auch ne Menge angewandt, ey. Hm, ich sehe ja auch nicht. Help! They're going to get in! Get them off the bus! Habt ihr noch einige? Ja, ich hab's gesehen. Da ist ne Verteidigungskiste. Statisch jetzt Maschinengewehr. Sehr gut. Das stelle ich auf. Wenn die automatisches finden, das nehmen wir mit. Ne, das... Na, ok. Ja, das ist automatisch halt so gesehen mehr Munition, weil man das immer aufmunitionieren können. Das Statische ist ja irgendwann leer. WUCH! Das ist der Streetschild! Da ist noch eine Kiste, automatisches Gewehr. In ihrer holst du? Jo. Äh, bei mir links. Jo, hab schon. Ey, bin ich eigentlich der Einzige, der bis jetzt Schaden kriegt oder was? Hahaha, das sieht so aus. Ja, ich hab ne Weiterleitung angerichtet. Meiner geht direkt zu dir. Hier ist noch ein Geschütz. Oder irgendwas. Stacheldraht. Ich komm. Gut. Noch ein Statisches. Yes. So, Kettensäge, die ist für mich. Wo ist der MPC? Oder... Anderer Typ? Achso, der kommt erst. Ja. Okay. Wo ist der MPC? Oder... Anderer Typ? Achso, der kommt erst. Okay. Ja. Die kämpfen doch schon wieder am Bus hier. Texas ist da. Okay, dann push the button. Jo. Ich hab den Button gepusht. Äh, dann geh ich mal ans Automatikgewehr. Äh, wir haben ja nur einmal... nur einmal Stacheldraht, wa? Ja, ist doch egal. Guckst du, äh, beschützt du uns, Sumira? Okay. War ja klar. Ich hab von zwei Seiten was kommen hören. Da wollte ich erstmal den Schreier weg haben. Oh! Pull! Pull down! So, geht los. Ich hole schon der Muni. Locken, rein. Und jetzt rein. Bring em all. Reloading! Terrorier's a-dropping. Almost there. Creeper von hinten, erledigt Ja gut, na das lief ja richtig geschmeidig So kann es weitergehen So ein Heiler um uns, warum Und ich bin wieder der einzige, der Schaden kassiert hat Ja Kommt ein Bulle, da kommt noch ein Bulle Der ist schon der Hammer, der Max, der hat die Bäder immer so nebenbei kalt gemacht Ja gut, mit dieser Gran Rate hast du dich ja unsicher gemacht Ja, genau, genau, genau Hast du ihn? Aber das wäre ja schon okay, wenn er das so macht Oh hey, JD hat eine Panzerfahrt Oh nein Wir werden alle sterben Das werdet ihr Jawohl Oh 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 Oh, 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 oh! Oh Schnitzelpeter ist am Werk Ah, jetzt bin ich runtergefallen das war jetzt nicht so mein plan ich wollte erstmal aufmunitionieren was was macht denn das spiel hier gerade ich muss aufmunitionieren da kommt grad ein bull zu euch hoch das zu knicken hier sagt man das ist ja hier schon was aber das ist schon geil macht schon fahren auf jeden fall sturm schrotflinken voll bin ich auch die nächste tasche bräuchte ich dann ich habe nur noch einen schocker hier ist ein verbandskasten bei mir den hebe ich auf bis zum schluss wenn das sieg steht dann brauchst du auch nicht mehr anwenden ja aber später brauchen wir es halt hier ist ja noch eine kiste hier sind dings genau wir sind noch mehr wir sind sehr geil danke im wohnen du bist weit weg von uns ich weiß versuch schon zu euch zu kommen na ich komme nicht zu euch ich finde den nebel cool kannst du einfach rumschnetzeln ja das ist schon toll mit dem nebel aber das muss man auch nutzen ja vor allem in der richtigen situation ja nicht verschwenden muss man ja maximal zwei würfe und die binden die er gemacht hat waren auf jeden fall zur richtigen zeit also dann da vorne liegen da ich muss erst mal ich sehe hier haufenweise kisten automatischer haben wir ich setze erst mal ins oben ich habe einen heidi gefunden automatisch geschützt das stelle ich dann hier unten hin hier kommen wir sie schnell nachladen soo wo ist das normale geschütz das habe ich nicht mehr da okay aber ja gut machen wir jetzt so passt ist noch ein heidi damit also ich habe ein heidi ich habe noch einen mörser und kann ich aber nirgends hinsetzen jedi ganz vorne da am bus ist noch eine tasche oh gut am bus ist eine tasche ah ja okay alles klar genau nur falls du sie dann brauchst oh das haben sie ja von ah ich bin schon am mörser das ist RELOADING! RELOADING! Ich mach... Oh, Gottes Willen! Aber wie alle sofort auf den aimen, ey! Ja! Okay, ich geh zum Tor 2! Okay, ich komm mit! Puh! Ähm... Kannst du mich verteidigen, Sumira? Bin dabei! Okay! Okay, ich glaub... Der ist! Okay! Macht jemand das Automatikgewehr wieder voll? Ich! Welches? Wo? Unten, ja! Wenn ich Feuerschutz kriege, ich versuch's! Okay, jetzt ist wieder voll! Ah, fuck! Ein Bulle! Ich leg auch auf dem Boden! Ich hab... Moment, ich komm gleich zu dir! Vielleicht... Oh, fuck, 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 fuck! Oh, ich wollt mich grad heilen, Mann! Fickt euch! Nee-Roy! 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 Wir haben's geschafft! Haben wir? Ja! Na, ich bin tot auf dem Boden, ich seh noch nischt! Ja, er hat... Er hat vom Tor gestanden, der vierte Spieler! Oh, jetzt wollte er mich retten, ist gestorben! Oh, jetzt sind wir doch alle tot, oder wie? Ja! So close! Ich glaub, der Takt... Scheiße! Das war aber ein... Verdammt knapp! Es wird immer besser! Es wird immer besser! Es wird immer besser! Ja, es lief... Es sah wirklich sehr gut aus! Und plötzlich... Lingen alle um! Aber warum? Hahaha! Naja, wir hatten keinen Bock mehr zu umstehen! Das ist ja wohl klar! Ja... Ne, jetzt kam ja schon wieder Tor 2! Das zweite Mal! Ah, Moch! Moch! Genau! Naja... Aber es sah ganz... ganz gut aus! Naja... Mit dem konnte ich ja noch schocken und weghauen! Und ich bin auch so eher noch nach oben gekommen! Und hatte noch... Einen ganz kleinen Strich! Wollte ich irgendwo in eine Ecke rennen, aber... Naja, die sind dahinter hergekommen! Die riechen mich ja! Schnupper-Schnupper-Semira lecker! Hm... So! Klappe... Die... Zwölfte! Ich hab dich mitgezählt! Ich auch nicht! Ach ja! Oh! Entschuldigung! Oh! Entschuldigung! All of them! You can rest easy, Cheryl! ...the only item to essential for your daily needs! If you see anything suspicious... Please keep your distance... ...and report it to a firefighter or police officer! Thanks! I'm gonna join in! Oh, Jedi? Ok, Creeper is not there Oh, there is he Let's go in the box It's a heavy machine here Oh, there is also a Stimbox Oh, there Look at this They're here They're here They're here They're here Oh, there is That's the moment sehr gut oh feuer feuer macht aua ich hab ihn hier mit aua gemacht ne? oh max ist ins feuer gerannt na denn hol ich kümmere mich drum oh komm mal wir auch hier hat noch gezuckt hmmm ein zucker automatischer schutz sehr gut oh sehr gut oh ja dann auf gehts guck mal den Knöpp hier ist noch irgendjemand was aufstellbares? ich hab noch was ja oh jetzt heb ich auf jetzt ist der Maschinengewehr macht Einzelschuss ah Munition sparen hättest du eigentlich gar nicht nutzen müssen für die jetzt gehts erst los jetzt kommen sie oh 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 man das sieht einfach da so cool aus auch ha das ist assi Hehehehe Irgendwo kommt ein Bulle Jo, glaube ich erledigt Ich hoffe, dass wir die Kamtschukka kommen bevor sie machen Geh sie weg! Ich habe Augen auf der Haffnet! Reloading! All our process paid off! Reloading! Rooks clear! We're heading to the checkpoint! Come on, this is checkpoint 6! I have the last bus passing through our final approach! Wollen wir hier rum gucken? Schauen! Ja, natürlich! Ich konnte nicht schießen, weil du bist mir vor der Flinte gelaufen! Ist egal! So, hier gibt's wieder... Braucht ihr unten was? Ne, wir hatten hier schon! So kannst du... Gerne geschehen, Malzchen! Ich guck mal in eine Ecke... Schrotflinte! Schwerer! Ich merke grad die Kanone die ich habe auf meinem Rücken, die behindert mich in der Sicht! Was L.A. this bad when you were there? It was different! How so? A lot of guns, everybody's high panic bad combination! Creeper! Creeper! Um der Ecke! Okay! Out! Ich guck mal hier! Ich guck mal hier lang! Aua! Ich guck mal hier! Ich guck mal hier! Wann ich zum Krach machen? Hier ist doch ein Bulle! Wo ist denn der? oh wo ist denn der Bulle hin? hat sich vielleicht einen Tag freigenommen oh, Hailey kannst du nicht, nehme ich mit krass weil wenn es los geht, kommst du da eh nicht mehr hin nee, nicht wirklich so, das Automatikgeschütz direkt oben hin gucken, was ist sonst noch jetzt oh, jawoll genau so muss das sein so habe ich mir das vorgestellt also wir haben jetzt hier drüben die besten also besser geht es gar nicht das will ich sehen komm hoch, wir haben zweimal Strom wir haben Automatikgeschütz und wir haben das stationäre oh das ist nicht schlimm pull down und der andere auch also besser vorbereitet geht nicht jetzt müssen wir es rocken das werden wir schon sehen genau zumindest haben wir gute Startbedingungen auch die Scheiße oh, hier ist noch ein Geschütz ich finde hier auf mir Schütze wo soll ich denn das noch hinstellen das hält irgendwo oh, hier, das hält dann genau auf die genau aufs Tor genau also wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht ja, dann haben wir was falsch gemacht und JD zur nächsten Welle denn also nach Tor 2 dann mal irgendwas stimmen, ne? wenn du hast ja, ich schaffe, ich schaffe ok ach, Katniss, zerrammt da Tor ah, perfekter Zeitpunkt seid ihr fertig drüben? weil die kommen hier schon wieder ja, ja, die sind fertig drüben muss die wohnen hier also Gate mache ich kümmer sie euch um den Rest ok und saft mich ein bisschen jetzt im Gate ja, ich versuch's aber die locken mich immer wieder an eine andere Stelle jetzt so unsichtbar alles klar hau drauf und ich schnitzel hier da ist noch ein Maschinengewehr vorne wieso nutzt es keiner ich schnitzel hier ja, die sind Sie Ich brauche hier ein bisschen Unterstützung. Okay, jetzt alle schwere Waffen raus, alles was ihr habt. Ich habe keine Stims mehr. Okay, ich heile mich. Hier kommt jemand. Danke. Okay. 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 Und dann kommt ja nur noch eine Runde und das ist morgen letzter Ruf. Bis denne. Ciao. Tschau. Ciao. Vielen Dank.